Hey, Lizzie und Maja, auf 9 Uhr. Tut mir leid wegen des Spiels, aber heute Abend werden wir Spaß haben. Ja, oh run! Lass mich ran, es gibt was auf der Arbeit. Ich bin in ein paar Tagen wieder da, versprochen. Hey Mom, Dad hat einen Notfall auf der Arbeit, also kannst du mich bitte abholen? Ich liebe es, wenn du mich Mom nennst. Läuft dir jetzt eine coole Home? Was passiert hier? Bitte fasst dir nichts. Das ist echt sowas von nice. Das ist so eine Art Superheldenversteck. Dein Dad ist ein Superheld. Was? Nein, mein Dad kann ja nicht mal Hot Wings essen. Seht euch das aus. Was? Ich hätte da eine verrückte Idee. Und der Krab geht... Skipping to the spotlight. Bitte töte mich nicht. Also das war schnell. Wir haben ihn. Wer auch immer diese Technologie hat, kann alles erreichen. Wir müssen Dads Technologie retten, bevor sie die Wilde zerstören. Jetzt kriegen wir hin. Wie genau? Wollt ihr mich foltern? Kitzelfoltern? Alter, das war zu lang. Das war echt viel zu lang. Ho, ho, nicht schießen. Ich bin nur der IT-Fuzzi. Man hat mich wegen eines Sicherheitsalarms gerufen. Warum hast du mir nichts von deiner geheimen Identität gesagt? Sollte ich etwa zu meinem Sohn sagen? Oh, übrigens, mich hat eine Energiequelle aus dem Weltraum dazu auserwählt, der Wächter des Planeten zu sein. Das klingt, als wäre man durchgeknallt. Stimmt's? Ja, ja. Die Spielstunde ist vorbei, Kids. Das bedeutet Krieg. Und los geht's! Moment, Moment! In den Dingern ist es warm. Ja. Mir sei es. Sie haben den Winter anzugewischt. Das ist es. Ja. Ich bin locker. Nein. Aber ich bin locker.